Hallo und herzlich willkommen zu let's play deadpixels und wieder so ein chilliger anfang aber ich wollte jetzt noch mal gucken bei den upgrades wir können uns natürlich jetzt hier noch mal ein bisschen running speed weapon skill was ist mir denn jetzt erstmal wichtiger es wäre natürlich ich würde mal interessieren wie viel das jetzt bringt wenn das jetzt nicht weil da hat man ja schon deutlich den unterschied gesehen aber wir holen jetzt erstmal das hier der fette unterschied war das jetzt leider nicht wie ich mir das erhofft hatte ja schade ist jetzt so ja doch sie doch doch wir müssen ja natürlich shotgun doch ist doch ganz nett so dem tod wir haben bis jetzt keine schnell feuerwaffe fände ich ja ein bisschen schade hmmm so Leute was liegen denn da für ein geweihter oder wie johnny gerne sagt ein gedärm geht doch sterben so na gut je stärker wir natürlich sind desto mehr zombies können wir natürlich auch abschlachten desto mehr money kriegen wir hier natürlich auch zusammen und desto mehr upgrades können wir uns ja auch wieder kaufen wir haben ja zwischendurch wieder hier ordentlich money okay allerdings glaube ich sollten wir mal ein bisschen sparen was munition angeht das sieht nämlich gerade nicht ganz so geil für uns aus so wenigstens kriegen wir die schon schön mit einem schuss tot das ist doch ganz nett nein 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 naja ok continue wuuu wuuu auch kacke muss ich jetzt alles nochmal neu fahren naja egal nee wir wollten eigentlich ich hatte ja nur das äh dann können wir uns gleich mal ausprobieren ob uns das ähm running speed update besser gefällt nee 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 so ist das so ist das scheiße ich lass mich kurz töten für sparta wuuu 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 yeah fuck it yay hey ich bin tot so upgrades weepenskill ich glaube das ist erstmal ein bisschen wichtiger so mal sehen was ihr uns hier für money geben könnt aber ich glaube ich spare mir jetzt doch lieber meine munition erstmal auf bis wir nachher wieder diesem riesigen wütenden mob gegenüber stehen ne ok da hat jetzt nicht so viel money gedroppt lohnt jetzt nicht so wirklich da jetzt hin zu laufen und die eingedärme liegen da wieder eingedärme was ein scheiß oh johnny gewöhnt dir mal besseres deutsch an an dieser stelle oh 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 yeah wir haben nämlich eine gefunden sehr schön das hatte ich doch die ganze zeit erhofft das gefällt mir nämlich sehr gut so wir können mal kurz gucken so die können wir nämlich so 200 schuss haben wir noch da haben wir nämlich nicht ordentlich munition haben wir ja schon gefunden ok das gefällt mir auf jeden fall haben wir jetzt aber auch schon fast wieder alles aufgebraucht an munition aber das passt schon ok eigentlich soll ich das lieber für diese richtung verschießen und nicht so unbedingt zurück gucken tunnel max high ähm 54 also 54 nein nicht zurück zurück ist scheiße das gefällt mir besser so nehmen wir mal ein medipick äh ein medipick warum bildet man keine schweine zu irgendwelchen berufssoldaten aus stellt euch mal vor oh lol ein opa stellt euch mal vor ihr würdet im krieg einem schwein gegenüberstehen das wäre sehr demoralisierend so money 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 ich weiß nicht ob ich die jetzt verkaufen soll ich muss erstmal gucken was er denn so an munition anzubieten hat sieht schlecht aus so items adrenaline so können wir erstmal noch können wir jetzt was verkaufen ich glaube solange wir hier nichts mehr nee wir sind schon wieder voll ich weiß aber nicht ob ich mir das nicht doch lieber aufsparen sollte hier naja jolo ist ja ein game wir können ja wiederholen wenn wir bock drauf haben oder weniger bock drauf haben und es müssen so hm wir haben jetzt wenn ich jetzt auf leicht gespielt hätte wären wir jetzt schon fast damit durch ich glaube es wäre ein bisschen zu easy gewesen deswegen wir können uns ja ein bisschen zeit lassen aber viel mehr zeit wollte ich jetzt mit dem spiel nicht herbringen weil es wird ja theoretisch nichts spannenderes so ein bisschen munition haben wir noch die behalte ich jetzt auch so so ist natürlich jetzt ein bisschen schade dass wir jetzt ähm nur noch sowas hier haben so und nur noch zwei mini packs oh fuck was geht jetzt ab ok ok kriegen wir hin heute schaffen wir oder ich so oh gott das sind alles kotzis die finde ich jetzt ah oh lol fuck ok ok das ist äh es wird anspruchsvoller oh scheiße ich verpisse mich jetzt einfach mal oh leck mich doch an den Eiern so was anderes haben wir leider nicht Adrenaline das bringt uns hier schon wenn wir natürlich jetzt so schnell gewesen wären durch das Update das wäre natürlich episch gewesen was ist er denn für einer was bist du denn was zum Teufel nein erzählt mir jetzt nicht ich hab nicht ges- ufff toll jetzt fällt mir schon alles zusammen ich hab grad meinen Kopf auf den Tisch gehauen deswegen ähm ähm äh nein jetzt alles nochmal ach du scheiße ich pfff Scheiben äh Wichse ja so schnell kann es gehen auf einmal kommt da so ein Lappen angerannt mhm ja geil hätt ich mir doch ans speichern denken sollen ich ich rush jetzt hier einfach durch und unsere schnell ach da haben wir sie so wenn ich jetzt nicht so viel verschieße dann passt das eigentlich auch ist ja money müssen wir uns ja trotzdem verdienen das können wir ja nicht alles nur vom verkauf uns leisten schließlich brauchen wir auch munition 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 so money 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 ja wir haben ja noch Zeit also das sollten wir nochmal alles in dieser Folge denk ich mal kriegen wir das aufgeholt aber ernsthaft was war das für ein Lappen der war so schnell und so das ist die hier macht die mehr Damage oder keine Ahnung jetzt haben wir aber schon wieder nur unsere Shotgun ach du scheiße mal sehen was auf uns zukommt ich umrunde die jetzt einfach offentlich aber wir haben hier drin ja auch noch einen Laden so so schlimm sieht das ja nämlich noch gar nicht aus burn motherfucker hier auch nochmal jetzt feuere ich mich hier ein bisschen durch um doch noch ein bisschen money abzustauben so was haben wir hier und munition kriegen wir auch noch ein bisschen was also doch gar nicht so schlecht und ein paar Kotzis ich glaube an denen halte ich mich nächstes Mal gar nicht so viel auf ich weiß war das denn so dass wir dann dass es ein Zwischenboss sein soll oder so ich will gar nicht wissen auf was wir uns dann später einstellen müssen also ich weiß es aber ich hab's vergessen dann nicht so es ist ja auch schon etwas länger her dass ich das hier mal let's playt hab und da der Channel eh inaktiv ist und da keine Videos zu finden sind ich hab ne Idee wir setzen jetzt einfach unser Adrenaline jetzt schon ein jetzt können wir hier ein bisschen Speed mäßig durchlaufen das sieht doch schon ganz nett aus Elfstraßen so we are all dead ok 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 kriegen wir hin kriegen wir hin kein Ding kein Ding fuck the shit Muschi lecker uuuuuh ne ich will mir jetzt hier nicht meine Munition verschießen weil ich die noch es gibt zu viel money ne egal ich hier kommt ja glaube ich glaube ich der Bastard müsste eigentlich da will ich hier nämlich auch nicht alles verschießen mhm ok und hier müssen wir uns jetzt leider durchfeuern von hinten kommen sie auch schon wieder was ist er denn für einer wieso brennt er was loil was zum was zum stirb doch äh bitte stirb bitte ok er ist tot er ist tot aber das Gate würde ich gerne haben Hilfe oh oh god jetzt kommen hier voll die Bastarde scheiße uuhuhuhu bitches wer ist der Bitches Slayer? Slasher? Basher? fucker? hier ok lol war das knapp fickt eure Omas ich hätte oh ich bin natürlich auch dämlich 49 42 weiß ich schon was ich verkaufen kann dieses Gefühl der Sicherheit und diese entspannende Musik so das hoffe ich reicht erstmal so brauchen wir jetzt Running Speed für 1600 können wir uns das nochmal kaufen was 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 nein nein was nein oh ach lebt mich doch was wartet ok alles nochmal neu kaufen krieg ich hin das mach ich aber gleich ohne jetzt aufzunehmen ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs zuschauen und ich hoffe ihr schaltet in der nächsten Folge auch wieder ein bis dahin machts gut und au revoir also das auf Wiedersehen egal tschüss